Yo, what's up Leute, hier sind eure Mr. Brothers. Okay, wir haben Nämlichkeiten, das heißt, wir sind am 16.10. in Wuppertal in Apollo 21 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für krebskranke Kinder dabei. Und zwar, wir freuen uns riesig, dass wir was Gutes tun können mit euch zusammen. Also das heißt, nehmt eure Freunde, nehmt eure Bekannte, kommt vorbei. Wir feiern für einen guten Zweck alle zusammen. Je mehr Geld reinkommt, desto besser, weil der ganze Eintritt wird natürlich gespendet für die Kinder. Und deswegen, Leute, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann da. Und das ist ja noch extra für euch. Ciao. Ja, wir sehen uns dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.